Hallo und willkommen zurück zu The Last of Us. Wir haben Probleme. Große Probleme. Wir sind... Ellie ist gefangen. Ja, das wissen wir aber nicht. Das wissen wir nicht. Woher sollen wir das wissen? Nein, Shop Shop, da war Munition. Die wollen wir mitnehmen. Oh, oh. Hat sich bei ihm im Inventar irgendwas verändert? Das können wir eigentlich immer nachgucken, also an sich. Ich denke, also ich weiß nicht mehr auswendig, wie viel wir hatten, aber ich gehe jetzt fast raus. Ne, ich meine, irgendwie merkt er, dass er sein Bild nicht mehr hat. Achso. Glaube ich nicht. Ja, okay. Glaube ich nicht. Ich denke, das ist alles so, wie wir das... Hier sind auch wieder unsere Pillen. So was hat Ellie nicht. Ja. Okay. Dafür haben wir ein Messer, das nicht kaputt gehen kann als Ellie. Das ist schon mal auch sehr schön. Ja, Joel weiß, wie soft das einfach ist. Meinst du, wir treffen heute an Halloween so Kürbis-Klicker? Kürbis-Klicker? Bitte nicht. Where the hell are you? Happy Halloween. Hallo, you all. Ja. Okay. Happy Halloween. Ich kann gerade gar nicht mehr so schön hoch gucken, weil jetzt muss ich hier ja schon rumlaufen und Dinge suchen. Ich gucke dafür. Für uns beide hoch. Okay. Ähm... Wir gelootet haben wir. Ja. Also da kannst du dann raus, ne? Aber wir haben... Ja, aber ich kann wahrscheinlich auch da raus. Ist das jetzt ein Unterschied? Das ist... Das war's. Wir gehen durch die Vordertür. Wir sind... Cool. Wir sind so frei. Cool. Oh Gott, wir lassen ihn jetzt einfach schon rennen. Aber ich will mich beeilen, weil ich hab wirklich Angst um Ellie. Das ist nicht in Ordnung. Oh nein. Was hast du? Freien sie sich mit ihrem Ein... Er sollte sich ja schon früher runterducken, der... Oh nein. Okay, wir haben keine Schüsse mehr. Keine Schüsse. Oh Gott. Hallo? Aber ist halt... Ich bin hier vorne. Du fällst so in Ohnmacht, bist halb tot. Das ist so eine Gelehrung, dass du irgendwie verarztet wirst und... Und sterben wirst. Und dann... ist Ellie weg. Und Leute, die auf dich schütteln. Okay, der ist gerade gedroppt, ne? Ja. Wir haben nur andere Probleme. Ja. Da. Ah, ich wollte mich noch ein bisschen... Den anderen Häusern hätte man wahrscheinlich nicht reingehen können zum... Lappen suchen. Scheibenkleister. Kann man da nicht auf ein Zielfernrohr machen? Nee, das kann ich nur mit der Waffe, die ich nicht mehr habe. Ach nein. Ach nein. Er duckt sich grad. Da müsstest du ungefähr hochkommen. Bitte. Ehm. Ist nicht so, als wäre ich halb tot. Okay, dann müssen wir jetzt einmal gucken, ob der... Was ist mit diesem Sound? Wieso gefällt mir dieser Sound nicht? Ja, die haben uns halt schon wieder gesehen, aber ich hab eigentlich gerade gehofft, dass ich irgendwas kriege, um am Leben zu bleiben. Oh, da ist jemand, da an der Ecke ist jemand lang dran. Ah, der steht da. Ja. Sonst kannst du mit Pfeil und Fogen vielleicht, weil der gerade nicht wirklich aufmerksam ist. Und wächst. Neu. Ui. Oh, scheiße! Alter. Ich sehe so schlecht heute, was ist das denn? Haben wir alles dunkler eingestellt? Das kann ja schon sein, Halloween. Du bleib doch dran. Ja, und jetzt warten, bis er wieder kommt. Komm! Herr von zu! Wir dürfen uns halt nicht noch einmal treffen lassen. Ich glaub dann... Ah! Ja! Ja, Mann! Wir haben einfach nur ein Heilding. Wie machen wir den Shit? Naja, ich müsste halt einfach besser sein und nicht getroffen werden. Und sollen wir noch schauen, ob wir irgendwo Tücher looten können und alles, was uns fehlt? Komm, komm, geh runter! Du musst das einfach besser spielen und der nächste Scheiß ist halt, wir haben keine... Bis auf den Bogen kein Ranger Danger. Du kannst noch ne Nagelbombe... Sonst hast du da auch noch ne Flasche, mit der du die jetzt wahrscheinlich nicht mehr ablenken kannst. Sonst hast du da drüben noch eine Flasche, mit der du die Leute irgendwo hinlenken kannst. Ja, ja, das hab ich... Das machen wir nicht. So, wo sind die anderen Töten? Einer muss eigentlich da oben sein und einer... War nicht einer da drüben? Ja, aber der ist grad drüben. Doch, 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 der ist da! Ja, wie immer so mit unseren Baustrahlern. Das macht das Leben nicht einfach. Ja, der andere ist da hinten. Ja. Lebt der jetzt noch oder ist er... Nö, nee, der lebt noch. Der Revolver ist leider nicht stark genug. Jetzt ist er... Oh, zwei... Und hier rennen die schon, die rennen. Ja, die rennen, weil wir die jetzt haben. Okay. Ist da auch der auf der... der Trasse? Ach, ich bin dumm. Ich hab ja auch noch einen hier. Okay, wir gehen jetzt auf Stärkeren. Und hier ist Leute weggerannt. Ist jetzt der da oben auch weggerannt? Ne, den hab ich... Ja, der ist auch weggerannt. Achso, okay. Wir mussten hier zwei plätten. Achso. Aber noch kam das Geräusch der nicht, dieses BOOM, das wir gesehen wurden. Da hinten. Oh, jetzt. Ja, das geht sauschnell. Da konntest du ja so ein Ding, ähm, ne Nagelbombe da reinschmeißen. Nö. Nö. Okay. Hallo. Oh. Ja. Rennt jetzt weg. Oh, sie rennt wirklich weg. Es reicht. Okay. Okay, ich hätte einfach nur wirklich einen von ihnen treffen müssen. Das ist schon ein bisschen traurig. Aber naja. Oh. Hier haben wir. Haben wir. Okay. Aber dann gibt's ja vielleicht doch... Zum Heilen hätte ich besser gefunden. Ja. Ja. Komm wir da hoch? Achso, versuchst du da zu... Komm wir da hoch? Das muss doch gehen. Ja. Oh, 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 Achtung, Achtung. Toll. Das wär richtig gut gewesen. Okay. Kann man einfach... Scheiße, da kommen wir wahrscheinlich nicht drüber. Das ist Halloween. Das ist Halloween. Das ist Halloween. Nein, 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 nein. Da und da... Party. Okay. Ja, voll gut. Sorry, ich bin ein Fan von diesen Dingern. Oh, der lebt noch. Aber wenn es reicht zum Wegrennen? Nee, reicht nicht zum Wegrennen. Oh, Achtung. Voll daneben geschossen. Lebt der eine jetzt da noch? Ja, der lebt noch. Da ist sein Popo und seine... Aber das... Alles gut. Wieso erwisch ich den nicht? Hast du ihn im Hut? Äh, das macht mich schon irre. Irre. Sehr gut. Ah, was ist das? Okay. Okay. Ja, jetzt ist es so... Aber waren es jetzt nicht alle? Ich glaube schon. Okay. Bitte gib mir was. Ja, Ellie zum Beispiel. Dir auch. Okay. Na gut, das ist ein bisschen was, aber... Ich hoffe, in dem Haus... Vielleicht gibt es da... Oh, da gibt es auf jeden Fall... Oh, okay. Oh, oh, oh. Okay. Okay. Nehmen wir alles mit. Oh! Ja! Mach mal doch. Ich hab so richtig straight daneben. Ausgezeichnet. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht mehr irgendwie überrascht. Ich hoffe auch, aber wir können uns zumindest dann noch einmal heilen. Wir sind jetzt voll geheilt. Ja. Wir können uns Hilfe. Oh! 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 Was ist das? Du wirst hier warten. Jetzt. Die Frau. Ist sie alive? Was Frau? Ich weiß keine Frau. Fuck! Fokus, hier. Hier. Ich hab die Frau. Die Frau. Sie ist alive. Sie ist David. Woher? In der Stadt. Du wirst es auf der Karte. Und es besser wäre der gleiche Ort, die dein Freund an. Es ist. Es ist da. Du kannst ihn verifieren. Geh sie ihn. Geh sie ihn. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Fuck you, man. Ich habe gesagt, was ich wollte. Ich will. Ich will. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Ich glaube ihn. Ich will. Lilly solltelt nicht mehr. Es ist alles gut. Los geht. Wir werden nicht mehr. Es wird durch. Was ist das? Und so bist du. Da vorne. Roll auf meine Sleeve. Schau mal an! Ich spiele mal. Was sagst du? Alles passiert für eine Reise, oder? Was ist das denn? Sie würde es nachdem. Es kann nicht real sein. Es sieht ziemlich real als ich. Eita! 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 Oh Leute, oh Leute! What the fuck is wrong with these people? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Okay, wir laufen, wir laufen! Scheiße! Okay! Dreieck! Und mich da durch! We're going! What?! We're going to the right? Okay, no... Okay, then... Okay, then... Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God... How are we going? We really... Hä? Steh's nicht! Steh's nicht! Nein! Irgendwie die Tür nochmal irgendwie mit... Kann ich gar nicht so machen bei der Tür. Oh, da 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 da! Oh, die hab ich übersehen. Wir brauchen ne Waffe. Wir brauchen ne Waffe. Wir brauchen ne Waffe. Es ist zu dunkel. Es ist viel zu dunkel. Oh mein Gott. Ich seh grad wirklich nichts. Ich fühl das grade im Stock. Ach, fuck, dunkel! Okay, das ist... Oh, ich will ganz kurz... Okay, im Moment. Okay. Okay, da kannst du dann durch. Es tut mir schon allein, Leute, aber wir haben halt gerade wirklich in der Ecke da nichts gesehen. Aber halt auch wirklich... Oh, ducken. Duck dich. Never! Huh! Huhu! Runter mit dir. Wir haben noch keine Waffe. Nein, haben wir auch nicht. Das muss sich ändern. Ja, ja. Genau. Oh, fuck. Wo ist die Waffe? Es ist keine Waffe. Ich denke mal, wir müssen einen von denen... Sicher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Komm, du hast ne Waffe in der Hand. Nimm, nimm Waffe. Sei cool. Du hast ne neue Waffe. Mit... einem Schuss. Oh Gott, okay. Okay. Dann musst du die anderen auch noch normal Schleichi killen. Oder du kriegst hier ganz viel Loot. Okay. Ein Millipack ist auch schon mal gut. Oder nichts. Nichts. Luft und Liebe. Luft und Liebe. Das kennst du das. Ich bin total gestressen. Hier, du hast nen Stein mit dem... Ja, aber ich hab doch schon... Achso, ja, okay. Alles gut, alles gut. Ne Flash. Ne Flash. Oh Gott. Ich hab fast keine Angst. Ist alles okay. Kein Problem. Okay. Ist da Feuer? Ah! Wunder mit dir. Hallo? Hallo? Was denn Hallo? Ich bin mir unsicher, ob die mich jetzt... Ne, oder? Ich glaub nicht. Sie reden, glaub ich, miteinander. Oh Gott. Alter, sieht man hier nichts. Oh Gott. Alter, das ist voll gefährlich. Ich hoffe, dass die Leute genau so wenig sehen wie wir. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwie ganz viel... Alter. Keine Ahnung, ob es hier irgendwie ganz viel zu bluten gibt oder nicht, aber nee. Nee. Okay. Ich hab die Befürchtung, dass wir da hoch müssen. Ich auch. Ich wollte einmal... Ja, das ist eh okay. Da liegen zwei Sachen. Da hinten? Eine Flasche und irgendwas anderes. Vielleicht ist das was Hilfreiches. Das Schnee hier. Okay, zwei Flaschen. Das war schon eine Flasche. Okay. Der Weg darf... Weil wir auch so gut instärkt sind, ne? Ja... Ich denke echt, wir müssen uns von Feuer zu Feuer bewegen. Oh, geht rein. Achtung, du wirst es gesehen. Fuck, bitch! Von hinter dir. Oh, fuck! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich werde sterben, wahrscheinlich. Ich war halt kurz verwirrt, weil ich hab nicht gehört, dass du gesehen wirst. Und es war nicht der vor dir. Ich werde abgeschossen, während ich den da steche. Ah, ja. Mist. Okay. Wir schaffen das. Das nächste Mal. Ich wollte gerade sagen, wir haben zwar noch keine Kürbisse hier gesehen, aber wir lassen es jetzt mal dabei. Aber es ist gruselig genug, auch so. Das reicht für ein Halloween. Das ist genug. Bis dahin. Tschüss.